Hey Leute und herzlich willkommen zu einem mega super Sonderspecial hier auf meinem Kanal und zwar fangen wir mit Arndlang an. Ja, was ist da dran so besonders? Zwei Sachen. Erstens mal, wie wir das hier aufziehen werden, dazu komme ich gleich. Aber vor allem ist die Sprache von jemandem erschaffen worden, der hier auf meinem Kanal regelmäßig aktiv ist. Und zwar ist die Rede von einem Mensch, den ihr höchstwahrscheinlich in den Kommentaren finden werdet. Ja, ziemlich geil. Er hat seine eigene Sprache geschrieben, nennt sich Arndlang und ist auch schon richtig cool. Also, wenn ihr irgendwie mal Fragen habt, wie man eine Sprache selbst schreibt, dann fragt am besten ihn, er hat da richtig viel Ahnung von. Gut, jetzt zur Sprache selbst. Und zwar, Arndlang ist immer noch stark in der Entwicklung, was nicht heißt, dass sie unfertig ist oder sowas, sondern einfach, dass extrem viele Features in extrem kurzer Zeit dazukommen. Wie wir hier sehen, Arndlang 2.8 kam vor zwei Tagen raus und Arndlang 2.7 vor vier Tagen, Arndlang 2.6.1 vor acht Tagen. Also, extrem schnell, viele Releases und das ist ziemlich cool, weil wir da natürlich immer mehr Features kriegen. Es ist nicht irgendwie sowas, dass hauptsächlich irgendwas gefixt wird, sondern wir kriegen hier einfach neue Features hinzu, wie zum Beispiel eine verkürzte Syntax für Funktionen hier in Version 2.8. Also nichts wirklich Großes jeweils, doch schon eigentlich große Sachen, aber nichts, was irgendwie eure Laufzeit oder irgendwas beeinträchtigen würde von älteren Versionen. Das heißt, wenn ihr irgendwas für 2.5 geschrieben habt, läuft immer noch in 2.8 und es ist keineswegs irgendwie verbuggt oder sowas, ihr könnt jetzt nur vielleicht kürzer schreiben, also ziemlich geil. Ja, das, wenn ich das gesagt habe, dann muss ich vielleicht auch erwähnen, dass ihr, wenn ihr wollt, natürlich regelmäßig zu Arndlang beitragen könnt und auch unregelmäßig, sondern ihr könnt nämlich dann einfach hier unter dem GitHub-Link nicht unter SRC Releases, sondern einfach mal da gucken. Da habt ihr mehrere Möglichkeiten, einfach mal reinzuschauen und hier findet ihr auch den Kontakt. Das heißt, wenn ihr irgendwie beitragen wollt zu Arndlang, einfach mal hier eine E-Mail hinschreiben bzw. auf die Webseite gehen, hier. Und da seht ihr sogar schon mein Kanalbild, mega geil. Vielen Dank übrigens dafür. Aber ja, hier könnt ihr auch super dazu beitragen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass die Sprache sich noch schneller entwickelt, noch mehr Features hat und zum Beispiel einen Server, was ich vor kurzem gesehen habe, in, keine Ahnung, zwei Zeilen oder einer Zeile sogar, einen Server eingestellt bekommt, dann seid ihr hier genau richtig. Mega kurze Syntax und alles schön und prägnant. Ja, also wie gesagt, beitragen, dann gibt es noch bald mehr Features. Ich habe zum Beispiel auch einen Python-Import gesehen. Da hat er innerhalb von vier Zeilen einen kompletten Server aufgebaut. In Arndlang selber geht es, glaube ich, sogar in einer Zeile von der Kommandozeile aus. Mega cool also, ja, was ihr machen müsst, damit ihr Arndlang benutzen könnt, einfach hier, ihr könnt übrigens auch den Source-Code mal angucken, den findet ihr hier. Aber ihr könnt auch einfach mal hier die Arndlang ausführbare Datei runterladen dazu. Oder wenn ihr unter Windows seid, könnt ihr das hier runterladen. Das ist die Arndlang.exe. Nicht jedes Solitis kommt für Windows raus, aber fast jedes. Und ja, wie gesagt, es macht auch nichts aus, wenn ihr mal ein paar Versionen hinten dran seid. Ihr könnt sowieso nicht jeden Tag nach Updates suchen. Gut, achso, ich habe noch was vergessen. Und zwar, das ist nicht nur ein super Mega-Sonder-Special, weil wir den Entwickler von Arndlang kennen, sondern weil wir das Ganze auch an einem einzigen Wochenende lernen werden. Also nicht alles natürlich, sondern nur die grundlegenden Dinge. Danach schaue ich mal, was ich noch brauche oder was Neues rauskommt, was ich noch machen könnte an Tutorials. Aber die grundlegenden Sachen, die schaffen wir jetzt an einem einzigen Wochenende. Und das fängt heute an und geht einfach durch bis am Sonntag. Ja, genau. Also wir werden da einfach die ganze Zeit Arndlang-Tutorials sehen. Und jedes Mal, wenn ihr auf meinem Kanal nachguckt, dann habt ihr wahrscheinlich ein neues Arndlang-Video. Okay, aber genug dazu. Wir werden jetzt einfach mal anfangen. Ladet euch hier mal, wenn ihr unter Linux seid, die Datei runter, unter Windows, wie gesagt, die Exe. Und dann habt ihr hier so eine wunderbare Datei in eurem Ordner. Und ihr müsst nichts weitermachen als ein Terminal öffnen und diese Datei ausführbar machen. Schon habt ihr Arndlang sozusagen installiert. Ihr habt es eigentlich nicht installiert. Das ist einfach nur die ausführbare Datei und es funktioniert schon. Also chmod plus x. Und was wollen wir ausführbar machen? Arndlang.nichts. Einfach hier ausführbar machen und schon sind wir fertig. Jetzt können wir Arndlang ausführen. Und schon sind wir drin. So schnell geht das. Und ja, jetzt habe ich gleich ein paar coole Sachen für euch. Und zwar, Arndlang ist nicht so standardmäßig, sondern ein bisschen eigen. Was nicht unbedingt negativ ist, sondern eher positiv. Ja, ihr könnt einfach mal plus machen. Also 2 plus 2 zum Beispiel ist 4. Hier seht ihr, die Ausgabe wird wieder als plus, als AL Doppelpunkt ausgegeben. Und ja, wenn ihr jetzt weitermacht, dann werdet ihr feststellen, dass 3 minus 3 ein Syntaxerror ist. Also minus ist nicht gleich minus. Minus wird über den Backslash geregelt. 3 minus 3 liefert mir 0. Das ist der, ähm, ja, das ist sozusagen das Minus hier. Also der Backslash. Ähm, genau. Mal ist ganz normal. Also 3 mal 5 ist 15. Und durch ist Prozent. Also hier, 3 durch 3 haben wir Prozent dabei. Statt, äh, diesen normalen Slash hier. Weil wir den eben anderweitig brauchen werden, was wir noch sehen werden. Exponensation ist auch ziemlich easy. Ähm, einfach 2 hoch, keine Ahnung, 2 hoch 3 ist 8. So einfach geht das. Und, äh, ja, ihr seht's hier. Anlang schreibt mir hier 1. Also erste Ausgabe wieder. Zweite Ausgabe. Dritte Ausgabe. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Vierte Ausgabe und fünfte Ausgabe hier, die von der Konsole eben kommt. Also quasi immer das A. Mit der Zahl hinten dran sagt euch, ähm, die wievielte Ausgabe ist das jetzt, die ihr an die Kommandozeile, beziehungsweise hier an die, äh, interpretierte Version stellt. So, ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche komplexen Statements habt, ihr müsst Klammern benutzen. Also, Anlang hat nicht Punkt vor Strich, sondern von rechts nach links. Und zwar strikt von rechts nach links. Das heißt, wenn ich hier, ähm, 3 mal 3 plus 3 habe, dann wird zuerst 3 plus 3 gerechnet, weil von rechts nach links 3 plus 3 das erste ist. Und dann 3 mal das, was halt davor rausgekommen ist. Also im Endeffekt steht hier 3 mal 6, was 18 ergibt. Also von rechts nach links. Wenn ich jetzt 3 mal 3 als Punkt vor Strich haben möchte, dann mache ich hier 3 mal 3, Klammer, und dann plus 3. Das wäre dann die 12, also 9 wegen der Klammer hier, und dann plus 3. So funktioniert im Prinzip grundlegende Rechnung hier. Ihr seht schon, es ist ein bisschen eine andere Sprache, und auch in anderen Dingen haben wir ein bisschen Eigenartigkeiten hier, aber es ist ziemlich cool, wenn man mal drin ist, und es geht einfach mega schnell. Ähm, genau. Das war es eigentlich auch schon, was ich euch heute erzählen wollte dazu. Wie gesagt, wenn ich irgendwas Dringendes in der Einleitung vergessen habe, schaut bitte in die Kommentare. Der Meister, der die Sprache geschrieben hat, der ist da unten. Und, ähm, ja, das war es von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.